Ja, wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps, behandeln aber auch Themen außerhalb der klassischen Medizin. Ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis oder bereits auch in der eigenen Praxis. Ja, heute habe ich wieder einen wirklich sehr, sehr spannenden Interviewgast, Prof. Dr. David Matusiewicz. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, ihn zu treffen. Wir haben uns wirklich live getroffen und zwar im Rahmen einer Podcast-Aufnahme für den Digital Health Talk, den er gemeinsam mit seinem Freund und Partner und Kollegen, Prof. Dr. Jochen Werner, der ja auch schon hier im Podcast war, durchführt und wir haben die Möglichkeit genutzt, auch gleichzeitig den Business Talk Podcast aufzunehmen. Bevor wir aber noch ein paar Sätze über David Matusiewicz verlieren, möchte ich ihn gern noch einmal persönlich vorstellen. Prof. Dr. David Matusiewicz ist Keynote-Speaker, Moderator, Autor und Herausgeber, Gründer und Investor. Er ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Gesundheitsmanagement an der FOM, also FOM, Hochschule, der größten Privathochschule in Deutschland. Seit 2015 verantwortet er als Dekan den Hochschulbereich Gesundheit und Soziales und leitet als Direktor das Forschungsinstitut für Gesundheit und Soziales. Darüber hinaus ist der Gründungsgesellschafter des Essener Forschungsinstituts für Medizinmanagement und unterstützt als Gründer beziehungsweise als Business Angel Startups im Gesundheitswesen. Matusiewicz ist zudem in verschiedenen Aufsichtsräten sowie Investor von Unternehmen, die sich mit einer digitalen Transformation im Gesundheitswesen beschäftigen. Ja, ich könnte noch viel, viel mehr über ihn sagen. Ich habe gerade schon gesagt, Keynote-Speaker ist Autor, er hat mehrere Bücher geschrieben, er hat über die FOM viele, viele Themen für den Arzt, für den Mediziner eben auch aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich umgesetzt oder setzt das um, arbeitet ganz eng mit kassenärztlichen Vereinigungen zusammen. Also ein Mann, der mit 35 unglaublich viel erreicht hat, der auch über seinen Lebensweg spricht, der auch darüber spricht, wie gleicht er das aus, der uns aber auch wertvolle Tipps und Hinweise gibt, wie der Arzt als Unternehmer in der eigenen Praxis auch bestehen kann, sich entwickeln kann, was er dafür tun kann. Und das aus einer sehr, sehr ganzheitlichen Sicht. Also freut euch auf ein tolles Interview und ich kann nur sagen, es macht mir unglaublich viel Spaß, mich mit diesen Menschen auszutauschen, die eine Vision haben für das Gesundheitssystem, die das Gesundheitssystem revolutionieren wollen, die viel, viel mehr wollen, als nur ihren Job zu erledigen. Und da habe ich zwei Menschen getroffen heute mal wieder, nämlich Prof. Dr. David Matosiewicz und Prof. Dr. Jochen Werner, die das in Person erleben. Und ich bin immer ganz unruhig, wenn ich dabei bin, weil ich auch da merke, Mensch, wie viel können wir bewegen, wenn wir gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Also freut euch drauf auf ein tolles Interview und viel Spaß im neuen Business Talk Podcast. David, nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Business Talk Podcast. Ich freue mich wirklich total, dass du heute die Zeit gefunden hast. Vielleicht kurz zum Umfeld. Wir sitzen hier in einer Wohnung, wir haben gerade hier ein Podcast-Studio aufgebaut und der David hat sich extra heute Morgen eine halbe Stunde Zeitpunkt genommen. Wir steigen einfach mal ein in die Frage, wer ist Prof. Dr. David Matosiewicz und was macht der beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, genau. Wir sind heute hier nicht in meiner Wohnung, sondern in der Wohnung von Jochen Werner, dem Forschungswurz in der Uniklinik, wo wir eben unseren Digi-Herz-Talk eben heute drehen und haben gedacht, Oliver hat auch ein spannendes Format. Mit ihm drehen wir heute auch eine Folge, aber wir drehen auch für seinen Podcast etwas. Also ich bin 35 Jahre alt, bin Dekan und Institutsdirektor an der FOM-Hochschule. Das ist die größte private Hochschule Deutschlands und habe eben daneben noch ein paar andere Formate, wie zum Beispiel die Digi-Herz-Talk oder eben die Digital Health Academy, wo wir eben Ärzte und auch Führungskräfte ausbilden. Jetzt habe ich mir deinen Lebenslauf angeguckt, habe das ja auch im Vorfeld oder im Intro schon gesagt. Du bist ja sehr jung, also ich bin 50, bin 15 Jahre, du hast ja sehr viel gemacht in deinem Leben, schon auch so aus einem sehr geradlinigen Lebenslauf. Liegt das bei dir in der Familie? Sind deine Eltern auch irgendwie Unternehmer bestätigt? Ich würde sagen eher weniger. Mein Vater ist Goldschmiedemeister, das heißt, er ist Unternehmer und das Hausfrau, aber die kommen irgendwie eher aus dem Handwerklichen rein. Ich war so, glaube ich, schon mit einer der ersten akademischen, weil ich das gegeben habe. Ich glaube, das war nicht der primäre Trigger, aber der primäre Trigger ist, dass ich mich sehr schnell auch auf das Thema Gesundheit gekommen bin. Ich habe damals Zivils gemacht, einer individuellen Schwerstbehinderung, das wissen viele nicht. Da habe ich zehn Monate eben einen Menschen betreut, der querschnittsgelähmt ist, der nur seinen Kopf quasi bewegen kann. Und das war für mich der erste Bürospunkt zur Gesundheit. Da habe ich gedacht, hey, das ist aber schon ein sehr wichtiges Thema. Habe dann in Gelsenkirchen Management studiert mit dem Schwerpunkt Gesundheitsmanagement. Und dann bin ich hier in Essen zu Jungen Basen gekommen, an Lehrstück Medizinmanagement und dann ging das erst eigentlich richtig los. Also diese Gradlinigkeit war auch viel Schicksal, Glück, Zufall. Und das Thema, das ich jetzt rückwärm betrachte, würde ich sagen, es gibt kein wichtiges Thema als Gesundheit. Also ich könnte heute, glaube ich, nicht im Autohaus sitzen, wie Autos verkaufen, Möbelhaus, Möbel verkaufen. Ich glaube, diese Bedeutung von Gesundheit, Gesundheit zum Menschen, das Gesundheitssystem, das ist so essentiell wichtig, dass ich da auch ein Stück weit meine Mission, Vision daraus abwarte. Das finde ich insofern echt spannend, weil es geht uns ja hier um dem Arzt auch ein bisschen was mitzugeben zum Thema, wie werde ich Unternehmer oder wie denke ich auch unternehmerisch. Jetzt höre ich daraus, dass deine Vita oder dass du sehr viel selbst initiiert hast, also immer wieder neue Wege gesucht hast, dann auch wieder mit neuen Ansprechpartnern unterwegs hast, neue Herausforderungen gesucht hast. Ist das so der erste Tipp in Richtung des Unternehmer-Daseins, dass man sich immer wieder ja selbst aus der Komfortzone holt? Ja, ich glaube, wir denken noch sehr in Kasten. In Deutschland, es gibt einen Arzt, es gibt eine Pflegekraft, es gibt den BWL an den Verwaltungsmenschen, Krankenkassenmitarbeiter und so weiter. Ich glaube, wir leben in einer sehr agilen Welt heute, wo eben Netzwerke sehr wichtig sind und das Netzwerk, wo man der Arzt mit dem Krankenkassenmitarbeiter, sprich der Krankenkassenmitarbeiter wiederum mit dem Verwaltungsmitarbeiter des Krankenhauses, also ich biete oft Formate an, wo plötzlich sich, ich sage mal, ganz extrem die Feindbilder treffen. Wir haben zum Beispiel letztes Mal auf dem Tempelhofer Feld in Berlin junge Krankenkassenmitarbeiter mit jungen Ärzten zusammengebracht, die am Anfang, genau wie die Älteren, sich erst mal gesagt haben, ihr wollt nur Kosten einsparen, die bösen Krankenkassenmitarbeiter und die Krankenkassenmitarbeiter, ihr wollt nur unser Geld haben und unnötige Igelleistung anbieten. Genauso, die jungen Leute sind schon so sozialisiert und wir haben zusammen gepiknickt und danach sind Freundschaften entstanden und man hat wirklich die andere Seite kennengelernt. Deswegen glaube ich, dass ein Netzwerk oder gegenseitiger Austausch da sehr viel Potenzial hat. Ist das vielleicht ein weiterer Tipp schon? Es gibt ja heute sehr viele Unterscheidungen immer nach Work und Life-Balance, muss ich das eine und das andere tun? Du sagst gerade, ich treffe viele Leute, ich mache einen Picknick, daraus entstehen Freunde. Ist das vielleicht so etwas, wo man Dinge einfach miteinander verbindet, weil das aus deinem, ich sage es jetzt mal einfach, weil es aus dem Herzen kommt, weil du es gerne machst, weil das ein Teil deiner Mission ist? Ja, das hat ja nichts mehr mit meinem Beruf zu tun, solche Formate, das ist natürlich Leidenschaft an der Stelle. Und ich versuche, ich halte auch nichts von dem Begriff Work-Life-Balance, weil es sagt ja implizit, das Work, was Negatives ist und Live dann das, wo man nach der Work irgendwie so ein bisschen Zeit hat. Ich bin eigentlich gegen diesen Begriff der Work-Life-Separation. Ich sage, es gibt heute einen Begriff Live-Domain-Balance, also das Leben ist im Mittelpunkt und darum herum gibt es Arbeit, Freizeit und so weiter. Aber bestenfalls schafft man es und ich bin ja auf dem Weg dahin, da bin ich nicht angekommen, aber mein Wunsch ist, dass ich gerne mehr arbeiten gehe, weil ich nur noch solche Formate wie mit dir heute, mit Jochen, eben zusammen mache, die einfach so Spaß machen und das fühlt sich, deshalb sitze ich ja am Sonntagvormittag bei Strahlen im Wetter mit dir, weil das ist für mich Spaß, Freizeit, Freude und das fühlt sich auf keinen Fall wie Arbeit an. Ja genau, ich hätte mir eigentlich noch aufgeschrieben, wie auch in meinem Wechsel ist Sport, also gibt es irgendeinen Ausgleich, den du machst für die ganze Arbeit, aber eigentlich ist es ja schon das, was du sagst, macht so viel Spaß, dass der Ausgleich eigentlich gar nicht da sein muss, weil es sehe ich übrigens ganz genau so, diese Verbindung Work und Life muss man gar nicht schaffen, weil wenn man heute dann was hat, dann kommt es nicht mehr. Unbedingt, wobei das schlechte Gewissen, zu wenig Bewegung und so weiter spielt immer mit, weil es gibt eine schöne Meta-Analyse aus 2016, dass die Bewegung einen sehr großen Effekt auf die Gesundheit hat, sogar ein bisschen zu Krebsrückfallwahrscheinlichkeiten senkt und so weiter. Wir wissen ja beide in der Disziplin oder auch viele Ärzte wissen ja, was gesund ist, was nicht und trotzdem macht man es teilweise, wir werden so ein bisschen Schizophrenen, wir reden jetzt hier eine halbe Stunde über Gesundheit, statt eine halbe Stunde vielleicht was für unsere Gesundheit zu tun jetzt, außer der psychischen Gesundheit vielleicht. Aber auf der schwarzen Seite natürlich versuche ich auch, die Zeit auch nur so einzuteilen, dass ich über Fitness, ich laufe mal, bei so gutem Wetter kann man schön im Wald spazieren oder laufen gehen, sondern man versucht auch natürlich, das zu leben, was man eben prophezeit. Und das ist so ein bisschen wieder nicht nur Wein, Training, Wasser, Trinken oder andersrum, sondern man muss auch wirklich dem Lebensstil ein Stück weit auch selber die Chance geben, die Selbstversorgung zu kümmern. Ich glaube, das vergessen dann viele auch. Ich verstehe hier zum Beispiel Ärzte nicht, die rauchen. Das ist irgendwie so ein Widerspruch. In den Kliniken, wenn es dann eine Raucherecke gibt, man rauchen 30 Ärzte oder Krankenhausen, Mitarbeiter genauso und andere Professionen genauso. Man erzählt denen eben, wie sich gesund verhalten, was Risikofaktoren sind. Und selber glaubt man vielleicht, man hat es im Griff, dass da Bullshit ist. Aber das ist so ein widersprüchliches Verhalten. Und das ist aus meiner Sicht auch problematisch. Vielleicht noch schon mal ein schöner Übergang. Wenn ich überlege, wie ändert sich vielleicht auch in der Zukunft ein Arzt-Patienten-Verhalten oder ein Verhältnis miteinander? Wird der Patient oder muss der Patient in Zukunft auch in der eigenen Verantwortung übernehmen? Ich treibe das mal auf, was du jetzt gerade gesagt hast. Also das Thema, ich tue wirklich was für mich, ich achte auf meine Gesundheit, ich ernähre mich vernünftig. Also ich gehe ganzheitlicher, holistischer an dieses ganze Thema ran. Wäre das ein Schritt in eine neue Medizin der Zukunft? Also ich glaube, dieses, ich werde mich da reinsteigern müssen, das haben wir heute schon, dass Patienten sich viel mehr von sich aus intrinsisch motiviert mit sich und ihrem Körper beschäftigen. Das heißt, ich sage mal ganz abstrakt, früher haben wir an Gott geglaubt oder mehr an Gott geglaubt, zu sagen, du richtest das für uns, wir müssen auch in die Kirche gehen, Geld spenden, wenn wir krank waren, damit wir gesund werden. Jetzt hatten wir eine Zeit, wo der Arzt, der Zuständige war, und da haben wir es abgegeben und gesagt, du kümmerst dich, die Krankheit hast du bezahlt. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir zunehmend weniger gläubig sind und zunehmend weniger auch an Menschen vertrauen, weil plötzlich Technik noch dazwischen kommt und wir uns selbst vermessen. One-for-it-self-Bewegung in San Francisco und Deutschland. Und plötzlich wird vielleicht sogar, ganz praktisch gesagt, Gesundheit zu neuen Religionen, die wir selber in der Hand haben, mit der Technik. Und dann haben wir jetzt plötzlich so ein Dreiergespann, Arzt, Patient und Technik. Eine App, die mir Diagnostik macht oder irgendwelche Dinge aussehen. Dann komme ich mit dieser Technik-Arztpraxis und plötzlich sind wir zu dritt an einem Tisch. Und wie wir damit umgehen werden, das weiß heute noch keiner. Natürlich sagt der eine Arzt vielleicht, das ist ein bisschen viel, wenn die mit Wikipedia-Ausdrucken kommen, ich muss die erst mal wieder entgoogeln oder und so weiter, um wieder auf den Null zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch viele Menschen, die mit richtigen Informationen zum Arzt gehen und sich in medizinischen Selbsthilfegruppen sehr gut informiert haben und der Arzt nicht bei Null anfangen kann. Insbesondere, wenn der Patient dann digitale Gesundheitsakte in Zukunft mitbringt und damit nicht jedes Mal die neuen Fragen, was Familie und so weiter angeht, beantworten. Also fordert das den Arzt und den Patienten anders in der Zukunft? Also muss der Arzt, ich nehme jetzt mal das Thema, der kommt gegoogelt oder vorbereitet in die Praxis. Heute ist es ja wirklich heute noch so, wenn ich jetzt die Generation meiner Eltern zum Beispiel nehme, die immer noch sehr arzthörig sind, die sagen, das hat er gesagt, wenn wir nicht so weitermachen, ändert sich dann eine Generation und muss der Arzt damit auch andersrum gehen? Also nicht mehr seine Meinung ist nur ausschlaggebend, sondern eben auch die Meinung, die ich mir bilden kann über eben das Thema digitale Medien oder überhaupt über das Thema Fortbildung innerhalb von der digitalen Bildung. Genau, wir leben ja heute in der Welt, da ist eine 1-zu-1-Beziehung, Patient, Arzt, der Arzt diagnostiziert war, so ein Patient akzeptiert das mehr. Oder wenn ihr holt, vielleicht mal eine Zweitmeinung oder eben Online-Zweitmeinung. Und in Zukunft wird eben das Ganze hinterfragt werden. Also wenn ich zum Beispiel heute, ich bin ja in der Hochschule, Hochschullänger, ich werde auch von manchen Stellen live hinterfragt. Das heißt, die googeln, live hat er da irgendwas erzählt, was schon alt ist, gibt es gerade eine neue Studie und im Moment hier, ich habe gerade gelesen, da sind, ich glaube, so eine ähnliche Situation, ich bin ja kein Arzt, aber Medizinwissenschaftler, stelle ich mir auch eine Arztpraxis vor, dass die Leute live, weil das Angehöriger da neben sich sagen, ja, Moment, aber hier im Internet steht doch auf der Seite der Evidenzbasierten Medizin, doch, es gibt doch eine neue Patientenleitlinie, vor drei Tagen erschienen, haben sie die schon gelesen, ja, 30 Seiten. Ja, und plötzlich in dieser Dynamik, in diesem ganzen Umfeld wird sich das ein Stück weit neu justieren müssen, wo der Arzt einfach auch nicht mehr so, ich sage mal, von oben herab in der Informationsasymmetrie einen Vorsprung hat, sondern gerade als Allgemeinmediziner, Leute, die sich jahrelang in eine Krankheit einarbeiten und sich online selbst zu vermitteln einarbeiten, die kommen teilweise mit einem Wissen auf ihn zu, dass es sich verwaschen hat und je seltener eine Erkrankung ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht die Informationsasymmetrie sich so mal umdrehen könnte. Muss der Arzt sich dann einfach auf neuen Herausforderungen stellen? Also muss er vielleicht das auch annehmen? Also wenn ich jetzt, wenn wir mal die ambulante Arztpraxis annehmen, wie sieht die in der Zukunft aus? Weil die Frage ist ja, ich habe ja nicht nur den Arzt, ich habe auch Helferin, die muss das ja mit umsetzen, Thema Digitalisierung ist ja immer nur dann so gut, so erlebe ich es ja täglich in der Beratung, wenn auch tatsächlich die Menschen, die dahinterstehen, diesen Weg auch mitgehen. Also ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, zu sagen, wir haben die Technik, aber die Mitarbeiter und auch natürlich der Arzt muss es annehmen. Unbedingt. Ich glaube, das ist ein Teamwork am Ende. Also das Kastendenken wird schon bald aufgebrochen. Man wird es mehr als Team sehen, wo jeder seine Aufgaben hat, die sich auch verändern werden. Also das Thema Agilität, Dynamik, das wird ein Aspekt auch in Zukunft. Du hast es ja gerade, Arzthelferin. Ich habe ja selber hier in Essen vor ein paar Jahren ein Startup gegründet, wo wir Online-Zuweisungen, eben Termin-Zuweisungen machen. Das heißt, ich könnte vielleicht in Zukunft, ich könnte die Patienten selber Termine buchen und so weiter. Die Arztpraxis wird ruhiger, es telefonieren nicht mehr so viele Leute. Es wird eben viel mehr über das Internet kommuniziert und asynchronen Termine gebucht und dann wird es ruhiger und ich kann mich mehr auf den Patienten konzentrieren. Das heißt, wir hatten die Vision, wir schaffen das Wartezimmer ab, weil jeder nur just in time mit seinen Zeitslots kommt, so wie du heute. Und wenn teilweise ein paar PKV-Leute dazwischen kommen, kriegt der Patient auch ein Feedback, bleibt normalerweise schon zum Ausdruck und später rein. So, dann habe ich erstmal eine ruhigere Praxis, eine leere Praxis, was die Wartezeit angeht und das ist die Chance, deshalb sehe ich nicht den Mediziner, der durch Technik ersetzt wird, sondern einen Empower-Mediziner, der noch zusätzlich zu seiner Kompetenz eine digitale Zweitmeinung hat und mehr empathisch mit dem Patienten kommunizieren kann. Pass auf, wir haben jetzt drei, vier Wege, wir haben ziemlich gut diagnostiziert, auch validiert mit Technik, was du hast. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche wollen wir zusammen gemeinschaftlich gehen. Bevor wir jetzt gleich mal auf die Arbeit an der Hochschule kommen, du bist ja als Dekan und als Professor da auch tätig, nochmal eine Frage für den Arzt in der eigenen Praxis. Das Thema Digitalisierung, das Thema Wandel in der Medizin, das Thema vielleicht auch Einstellung, wie beeinflusst das zukünftig den Arzt in der eigenen Praxis und was muss er tun, um so die ersten Schritte gehen zu können? Kannst du da vielleicht mal einen Tipp geben? Ja, ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Pferd. Wir wissen ja, zwei Drittel aller Ärzten haben wohl noch einen Bereich über 60. Viele haben noch nicht mal irgendwie ein Smartphone, haben vielleicht auch kein E-Mail-Adresse, weil es bisher sie brauchten oder eben andere Systeme eben genutzt haben oder eben Angehörige oder teilweise der Partner, was man nochmal hat. Also wir sind in einem Bereich, wo wir eine Digital Generation haben, die Generation Y und Z, die dann aufgewachsen ist, dann eben eine mittlere Generation, die irgendwo ein Stück weit sich selber eingearbeitet hat und eine ältere Generation, die sich nur punktuell damit befasst hat oder sagt, ich habe noch ein paar Jahre, komm zu Wort. Und ich glaube, das ist so ein Transformationsprozess, der wird noch ein paar Jahre dauern. Das wird auch von Jahr zu Jahr besser, weil natürlich Leute in Rente gehen, keine Mühe kommen nach, aber es wird noch 10, 15, 20 Jahre wahrscheinlich dauern, bis wir eben da den Wandel verzogen haben. Und jetzt die Frage, wie gehen wir dann um? Und das ist eine spannende Frage. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist eine intrinsische Motivation und das fängt mit Kleinigkeiten an, weil wenn Arzt jetzt mit dem neuen Digitalisierungsgesetz jetzt von Herrn Spahn in zwei Jahren eine App verschreiben soll, wie soll er das denn tun, wenn er noch nicht mal selber eine App nutzt? Also das sind für mich schon große Fragen, die ich mir auftun. Braucht er dann eine medizinisch-technische Assistentin, die Digitalisierungskurse gemacht hat, die dann sozusagen ihm zur Seite sitzt und da mit ihm zusammen das dann durchgeht und ihn auch ein Stück weit einführt in dieses technische Thema? Oder brauchen wir Weiterbildung für Ärzte, die das Thema Digitalisierung nochmal adressiert? Aber ich finde, das Wichtigste ist die persönliche Mindset zu sagen, da kommt was, das sehe ich nicht als Herausforderung und Gefahr, sondern auch als große Chance. Und ich werde mich da Stück für Stück zum Beispiel mit einarbeiten. Es gibt zum Beispiel KV, die machen so Ärztennetze, das haben wir auch noch vom Out, dass wir eben Ärzte in Schulen in so zwei, drei Tagen sind, Marketing, Praxis-Marketing, Netzwerke in der Region. Ich glaube, das ist ein gutes Format, wo viel an einem Tisch sitzt, wir da durchaus sehr kritisch auf das Ganze betrachten. Aber auch überlegen, Best Practice, was macht der eine, welche Erfahrungen gibt es, da brauche ich wirklich eine Homepage oder brauche ich wirklich eine Facebook-Seite oder eben nicht. Und ich glaube, solche Plattformen sind wichtig. Ja, absolut. Das heißt, ihr beratet an der Hochschule auch genau zu diesem praktischen Thema. Also wenn ich zum Beispiel ein Mediziner bin, der jetzt in der Praxis hatte, ich bin 55, bin 60, möchte aber trotzdem an dem Thema Digitalisierung, Entwicklung meiner Praxis weiterarbeiten, also möchte ich unternehmerisch denken, ich sage mal, man muss von oben auf die Praxis in einer Arterperspektive kommen, also nicht nur Kraft vom eigenen Unternehmen sein, der könnte zu euch kommen, an die Hochschule, und könnte sagen, ihr bietet Kurse an, um sich da weiterzuentwickeln. Genau, also wir haben natürlich Studiengänge, ganz klassisch, auch sowas wie Gesundheit, Psycho-Medizin, Pädagogik, also Pädagogik-Skills jetzt, ein Master, Digitale Pädagogik oder Pädagogik und Digitales Lernen, das ist natürlich auch so neun Themen, Gesundheitsmanagement, Pflege, also wir haben verschiedenste Studiengänge, da kann man einzelne Module auch belegen. Wir werden jetzt mit der digitalen Pflege da auch ein Stück weit weitergehen, und das ist das eine, ein ganz normaler Hochschulgeschäft mit Studiengängen und Weiterbildungen, und daneben haben wir zum Beispiel mit der Klassenärztlichen Vereinigung in Westfalen-Lippe, wirklich Ärzte-Programme, Ärzte-Netze heißen die, wo sich dann Ärzte in so einem Zertifikatskur zu bestimmten Themen halt eben strukturiert in der Unkollung geben, und wo eben dann nur Ärzte untereinander quasi mit Hochschulprofessoren ein bisschen bringen. Jetzt weiß ich ja, du bist ja in einigen Thesen auch bewusst provokant, du sagst ja auch mal, das Gesundheitssystem ist verstaubt, wir müssen da so ein bisschen rauskommen, du hast vorhin auch angedeutet, wir werden irgendwann eine Arztpraxis haben, wo eine Mitarbeiter, also vielleicht in der Zukunft, das ist jetzt 30, 50 Jahre, die Zusammenarbeit mit der KV, empfindest du die als produktiv oder als kontraproduktiv im Sinne von, eigentlich müssten wir aus dem System raus, und noch was ganz anderes tun? Also ich bin von meiner Auffassung her, ich sage es nie, es gibt gut oder schlecht, ich differenziere gar nicht so, wer gegen wen und wer zahlt am Ende und so weiter, mir ist das eigentlich egal, wie sind die Menschen wichtig, mir gab es die KVs, oder wenn es jetzt eine Krankenkassen-Geschichte wäre, und die Plattformen, die finde ich gut, weil die haben das alles organisiert, und da treffen sich die Leute, der Mindset, die lassen mich ja als, die sagen mir nicht, was ich da sagen soll, sondern es gibt eine Freiheit von wissenschaftlichem Lehre, und ich bin einfach vom Typ her, ich rede Klartext, und wenn ich was gut finde, sage ich das, und wenn ich was gut finde, sage ich das nicht, dann bin ich keinem, das ist das Schöne, in meinem Job als Hochschullehrer, bin ich da sehr, sehr neutral und objektiv, und deswegen finde ich Plattformen, was nicht heißt, dass die KV-Plattform jetzt die einzige Möglichkeit ist, glaube ich nicht, es gibt vielleicht noch disruptivere Plattformen, die gerade dargestellt wurden, insbesondere unterschiedliche Akteure, aber nicht nur Ärzte untereinander, sondern auch, wie gesagt, Krankenkasse, Arzt, Pharma, auch in der Spanagel, Apotheker, vor allem nicht zu vergessen, Pflege, Patientenbeauftragte, die sich zusammentun, und das versuchen wir ja mit unserem Talk hier mit Jörg Werner, dass wir wirklich auch mal ältere Menschen einladen, jüngere Menschen, in verschiedensten Blickwinkel hineinnehmen, und mit jedem mal sprechen, wer hat halt was zu sagen. Und ich glaube, da müssen wir auch weggehen von Strukturen, hin zu Sparmentelligenzen, Thinktanks, Denkfabriken, und Formate ausprobieren. Dass wir da auch mal andere Branche mit einbinden. Ja, auch von anderen großen Lernernern. Da gibt es übrigens von dir die Gesundheitswirtschaft. Genau, Neuvermessung. Neuvermessung. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Wir haben gut geschrieben, es geht darum, was kann ich von einer Branche lernen, zum Beispiel schreibt da eine Geigenspielerin etwas wie, dass eine Operation wie ein Konzert letztlich orchestriert werden muss. Verschiedene Dinge zusammenlaufen, jeder seine Rolle hat. Oder ein Schifffahrer erzählt was über Linien-Schifffahrt und der Generalisierung in der Linien-Schifffahrt, wie sich das in der Generalisierung in der Pflege widerspielt. Also wie gesagt, was lerne ich aus anderen Branchen, wo wir ähnliche Probleme haben, wie vielleicht Löwen gefunden haben, kann ich diese Löwen adaptieren auf das Gesundheitssystem. Das war nicht super spannend, das Buch, weil es einfach eine ganz andere Sichtweise man auf die Dinge bringt. Man hatte wirklich einige AHA-Erlebnisse, wo ich gesagt habe, ja genau, das kann in der Medizin funktionieren, wir müssen vielleicht ein bisschen umdenken an der einen oder anderen Stelle. Wann es passiert, das muss man dann mal schauen. Wie siehst du denn die Ausbildung der Mediziner innerhalb der ersten 12 bis 14 Jahre? Also dieses Thema, ich finde ja, wir haben eine gute medizinische und eine sehr gute medizinische Ausbildung bei uns. Also das Thema Studium und dann das Thema Facharztausbildung. Also bis zur Entscheidung, was tue ich? Werde ich tatsächlich Unternehmer in der eigenen Praxis oder sage ich, ich bleibe im Krankenhaus? Und da entstehen ja in dieser Zeit viele eigene Ideen, wie kann ich die Medizin, ich eigentlich machen wollte, umsetzen. Viele kommen auch ganz ehrlich frustriert aus dem Krankenhaus, die sagen, ich habe da keine Lust mehr, ich will nur da weg. Aber ich sage mal, ich will nicht hin in die eigene Praxis, ich will weg aus dem Krankenhaus. Also das treibt heraus. Die sind aber wenig vorbereitet auf dieses Thema eigene Praxis. Also meine Vision wäre, tatsächlich eine Akademie zu schaffen oder vielleicht ist die auch schon da bei euch, wo man sagen kann, wir binden das ganze Thema in Zukunft, für die Zukunft, in die Ausbildung der Mediziner ein. Um frühzeitig eine Entscheidung treffen zu können, ist die eigene Praxis für mich eine Alternative oder nicht? Also auch mal eine Managemententscheidung, eine wirtschaftliche Entscheidung treffen zu können. Und wenn gerade dieses Thema KV als Plattform, finde ich eine tolle Idee, weil Plattform hat ja einen sehr modernen Charakter. Also mal zu überlegen, nutze ich das auch digital als Plattform später? Wäre das die Idee zu sagen, man bindet die Ausbildung früher mit ein? Sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir reden seit 25 Jahren im deutschen Sinne über Wettbewerb. Und es gibt immer noch viele kritische Stimmen, die sagen, nein, wir brauchen kein Wettbewerb. Das ist ein Staatssystem. Wir müssen was im SGB, steht doch alles drin. Wir müssen da nur noch das befolgen, was da ist. Das ist aus meiner Sicht, ich bin ja Ökonom. Ich glaube, ein Stück weit brauchen wir ein Stück weit Wettbewerb im Sinne von, ich will besser sein als der andere, ich muss mir mehr Mühe geben. Weil das ist, wenn ich Wettbewerb habe, habe ich eben, will ich was haben, was der andere nicht hat oder nicht bekommen kann. Und das stiftet Motivation. Und deshalb ist für mich aus meiner Sicht Wettbewerb wichtig. Und auch das Thema Entrepreneurship, Unternehmensgründungen. Ich glaube schon, dass der Mediziner sehr viele kaufmännische Fragen hat, weil er ist halb Unternehmer in seiner Arztpraxis. Er muss überlegen, Personal einstellen, Finanzen regeln, Erlöse, Kosten, Buchhaltung, alles, was mir Management eben den Studenten in der BWL beibringt. Deswegen glaube ich schon, die Medizineraufbau in Zukunft, wenn ich mir das neu auf der Rünen Wiese erstellen würde, hätte eben solche Module wie Projektmanagement, Changemanagement, ganz klein überwiegend auf Finanzierung, so Grundbegriffe, Personalmanagement, wie sich mit den Leuten um, solche Dinge, die man punktuell, von mir aus auch als Wahlpflichtfächer oder eingestreut in jedem Semester an einem Kompaktkurs nebenher laufen kann, genauso wie das Thema Digitalisierung letztlich. In Hamburg ist jetzt eine korte Gestaltung digitaler Medizin, 80 Studenten, wo sie eben das wirklich im Studium haben. Und das sind Entwicklungen, die glaube ich gut sind, weil man eben heute als Mediziner mehrere Professionen haben muss, nicht die klassische Medizin, kleiner BWLer und kleiner ITler. Superspannend, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, wir haben ja so ein bisschen zeitlichen Rahmen für heute festgesetzt. Ich könnte mich wirklich noch sehr, sehr lange mit dir unterhalten, ich glaube auch gerade dieses Thema Entwicklung in der Branche, Medizin, Zukunft, auch die Ausbildung, die ihr mit anbietet, wir packen sowieso alles was zu dir, deine ganzen Bücher, die Links, die Kontaktadressen, jetzt grundsätzlich von der Form alles in die Schaunauten, dass jeder Kontakt aufnehmen kann, wenn er möchte. Vielleicht auch nochmal den ein oder andere Hinweis auf die Ausbildungslehrgänge, die es eben gibt. Das fände ich ganz wichtig und ich finde es wirklich toll, dass Menschen in verantwortungsvollen Positionen, wie du jetzt, wie Jochen Werner auch in die Öffentlichkeit geht mit diesem Thema. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig für die Medizin, dass da was passiert und wenn interessante Köpfe da sind, an denen man sich orientieren kann, ich glaube, dann geht es ganz schneller. Vielleicht noch ein letztes Statement von mir, wenn ich schon möglich habe zuerst zu sprechen. Also bitte lasst uns damit aufhören, dieses oder-Denken. BWLer, oder Mediziner, digital, Mensch, oder Maschine. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Und es ist gegenseitig da mit Ängsten, mit Vorrufen gekommen. Lass uns eher das und-Thema nehmen. Das heißt, ich profitiere als Arzt, wenn ich ein bisschen BWL-Know-how habe. Der BWLer, der im Medizinbetrieb arbeitet, profitiert auch aus ärztlicher Sicht, wenn er das einordnen kann, nicht nur der Verwaltung Kosten via G-Seat. Wir müssen die Chance der Digitalisierung nutzen, die uns nicht ersetzen werden, sondern Entscheidungsunterstützungssysteme, die uns leichter machen, auch mal, ich meine, der Arzt googelt ja auch mal, man ist ja auch nicht sicher. Und da helfen solche Systeme in Zukunft, die gut sind, die validiert sind, um besser am Ende für den Patienten darzuhalten. Ich habe zum Schluss immer eine kurze Frage, kurze Antwort, die legen wir einfach mal mit los. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich aus deiner Sicht die Medizin im nächsten 5-10 Jahren? Weg von kurativer hin zu präventiver Medizin. Was bedeutet für dich persönlich das Thema Gesundheit? Das ist super wichtig, weil ich merke, wenn mir mein Zahn wehtut, dann ist alles andere um mich zu tun. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht der Arzt, der Unternehmer hat? Wie gesagt, Medizin ist ein super spannendes, tolles Fach. Man muss in Zukunft auch mehr Digitalisierung und Betriebswirtschaft mit reinnehmen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Also ein Film ist zum Beispiel mit Bruce Willis Surrogate. Es geht nur aus dem Avatare und die Robotik. Ich glaube, dieser Film, der in den 90er entstanden ist, ist ein super spannender Film, weil gerade diese Avatar-technische Aufklärung im Bereich der Patienten, Diagnostik auch in der Ausbildung immer größer wird. Sehr schön. Und die letzte Frage ist immer nicht ganz uneignet. Gibt es jemanden, den du uns für den Podcast hier als Podcast empfehlen könntest? Hattet ihr Jochen Berner schon? Nee, der war schon da. Okay, dann empfehle ich euch Vladimir Povallack nochmal auf das Thema Virtual Reality, Augmented Reality auf und Avertrage. Super, David, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit hier an dem Sonntagmorgen. Es ist wirklich total schönes Wetter. Also wenn ihr rauskommen könnt, dann würdet ihr das wirklich alle sehen. Wir nehmen jetzt noch ein kleines Format auf für das Digital Health. Freut mich drauf und würde mich ebenso freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht auch mal nochmal eine Wiederholung machen und mal gucken, was in drei Jahren so in der Gesundheitswelt passiert ist. Vielen Dank. Und für alle Zuhörer und Zuschauer bitte ich ihn immer nochmal zum Schluss um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so ist es wirklich möglich, dieses Format weiter nach vorne zu bringen, so interessante Interviewgäste zu kriegen. Und ja, ich denke immer noch, bleibt unternehmerisch und mein letztes, das letzte Wort hat mir immer mein erstes. Ja, meine Damen und Herren oder liebe Ärzte da draußen, ich glaube, wir sollten die Chance der Digitalisierung nutzen und uns so als Patient und auch als Unternehmer, als Arzt, als Krankenhausmitarbeiter letztlich damit eben auseinandersetzen, um das Potenzial und die Effizienzreserve als Ökonomen, höre ich mal mit einem Vokabel auf, zu heben. Vokabel auf,